In unserem dritten Teil für unsere jugendlichen Sportler geht es heute wieder um die allgemeine Athletik. Ihr seht, draußen schneit es. Perfektes Wetter, um zu Hause zu bleiben. Perfektes Wetter für ein Home-Workout. Heute für den Inhalt ist der Kevin Pro verantwortlich. Er zeigt uns sein, wie ich finde, relativ interessantes Workout, Drop 10. Interessant, habe ich so noch nie gesehen. Auch finde ich das sehr interessant, weil man die Inhalte verschieden setzen kann. Man kann neue Übungen einführen oder tauschen. Schaut es euch mal an und viel Spaß dabei. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018